Norddeutscher Rundfunk 2021 Guck mal, Opa! Eine wunderbare Karte. Ja, vom Kaktus. Schau mal. Ich glaube, die kommt aus Italien. Bella Italia. Können wir da mal hinfahren? Bitte. Oder, Opa? Das machen wir. Uh, na dann los. Neapel muss man einmal sehen, so heißt es aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Der Berg, an dem es liegt, trägt ein Geheimnis in seinem Schlund. In seinem Schlund. Die Kunden im Gestein, da brotet Lava. Steigt manchmal auf. Steigt manchmal auf. Steigt manchmal auf? Wir wollen hoch, wir wollen rauf. Mit der Standseilbahn, wir wollen hoch, wir wollen rauf. Wie vor hundert Jahren wollen wir hoch, wollen wir rauf. Wie vor hundert Jahren wollen wir hoch, wollen wir rauf. Schaut her, welch eine wunderschöne Aussicht hier am Besuch. So wunderschön. Vulkanen oder Herbstach, man traut sich. Das muss man sehen. Das muss man sehen. Das größte wäre doch eigentlich jetzt Pizza. Ein großes Stück. Mh, ein großes Stück. Die gibt es in die Apel auf der Piazza. Dann schnell zurück. Runter, runter, runter vom Hohlbahn. Runter, runter, mit der Standseilbahn. Wir drehen runter, wir wollen gehen. Wir drehen runter, wir wollen gehen. Runter, in die Stadt wollen. Wir Pizza essen und gehen. Ach, Herr Krause. Wie immer der Letzte. Jetzt aber. Und runter. Da kommt wir durch. Den Mond auf starve, 19 00. Wendi voll. Vielen Dank.